Adenau in der Eifel. Hier lebt Elektroinstallateurmeister Hermann Josef Lehmann. Meisterjahrgang 1958. Lehmann, sein Familienbetrieb und der Nürburgring, das ist eine lange und besondere Beziehung. Seit der Bauzeit sind die Lehmanns hier als Elektriker aktiv. Der Stammbaum der Familie lässt sich aber noch viel weiter zurückverfolgen. Circa 600 Jahre ist die Familie Lehmann hier bürgerlich aus Adenau. Irgendwann spielte das Handwerk eine dominante Rolle und der Vater gründete seinen Betrieb. Der Vater hat zunächst mal mit einem Kollegen zusammen einen Betrieb gegründet und dann hat er sich später selbstständig gemacht. Und leider musste er dann 1940, da musste das Geschäft geschlossen werden, wegen Einberufung zum Wehrdienst. Und wir kamen dann erst nach dem Krieg 1946 aus der Erfahrungsschaft zurück und haben das Geschäft dort weitergeführt. Und dann 1948 habe ich dann da auch die Lehre begonnen. Und dann im Anschluss an die Lehrertüte, dass die Gesellen prüfen und dann anschließend auch noch die Weißen prüfen habe ich dann gemacht. Wir hatten damals noch keine richtigen Fachbücher, sondern der Lehrer musste uns das beibringen. Da hatten wir zwar einen guten Fachlehrer hier in Ahrweiler und da muss alles handschriftlich aufgeschrieben werden. Und andererseits muss man auch sagen, es waren auch nicht die entsprechenden Bücher da, um sich soweit vorzubereiten. Doch auch diese Herausforderung meistert der damals 25-Jährige und besteht die Meisterprüfung mit Bravour. Wie in Vaters Zeiten ist und bleibt der Nürburgring einer der Hauptauftraggeber. Mein Vater hat früher schon erzählt, dass in den ersten Jahren im Nürburgring haben sie gebraucht, noch Zäune zu bauen, die Abzäunungen. Und dann später hat er die Installation übernommen. Leider war natürlich die große Unterbrechung des Zweiten Weltkriegs dazwischen, sodass einerseits der Nürburgring total ja stillgelegen hat. Und dann muss ich sagen, in den ersten Jahren war ja auch noch kein richtiges Material da. Da musste also praktisch nur am Nürburgring wurde das repariert, was noch da war. Weil während des Krieges wurde Nürburgring ja auch für militärische Zwecke genutzt. Und dann später wurde natürlich sehr viel aufzuarbeiten. Und es musste renoviert werden. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, die Gastronomie und auch die Hotelzimmer mussten alle etwas auf den neuesten Stand gebracht werden. Und da haben wir an sich sehr viel damals als neue Installationen dort gemacht. Bis zum heutigen Tag sind die Lehmanns Ringhandwerker. Eine Beziehung, die auch Tochter Susanne als Nachfolgerin an der Spitze des Familienbetriebs fortsetzt. Da sind wir schon stolz darauf, dass der Betrieb weitergeht. Weil es waren ja, die Geschäftsräume waren vorhanden. Und vor allen Dingen auch der Kundenbestand war da gewesen. Wir hatten also immer einen stabilen Kundenbestand. Und das macht meine Tochter dann jetzt weiter. Und da bin ich auch sehr froh und zufrieden darüber. Betzdorf im Westerwald. Hier lebt Dachdeckermeister Klaus Wittig. Meisterjahrgang 1968. 1968. Da war der Betrieb, den er einmal weiterführen sollte, schon über 100 Jahre alt. Die Firma besteht seit ca. 1860. Die wurde damals gegründet von einem Herrn Löhr. Der kam aus Eisenbach im Schwarzwald und war ein Nagelschmied. Und als er hier, als er lang genug hier gewohnt hat, hat er sich in den Alstorf ein Haus gebaut. Und hat umgeschult auf Dachdecker. Und dann hat er ein Dachdeckergeschäft aufgemacht. Es war der Beginn einer Unternehmensgeschichte, die aktuell im 158. Jahr fortgeschrieben wird. Gründer Johannes folgten drei Generationen, bis Klaus Wittig deren Werk übernahm. 1971 hatte ich die Firma übernommen, da war meine Schwiermutter gestorben. Und dann haben wir ausgebildet, bis heute vielleicht 40, 50 Lehrbuben. Lehrling, Geselle, Meister. Gemeinsam schufen sie Werke, die über Jahrzehnte Wind und Wetter trotzten. Darunter das Dach der Betzdorfer Fahrkirche St. Ignatius. Bei jüngsten Erneuerungsarbeiten tauchte ein Schriftstück auf, das die Vorfahren von Klaus Wittig bei ihren Eindeckarbeiten 1951 unter dem Wetterhahn deponierten. Es erzählt die Geschichte jener Zeit wie auch die des Unternehmens. Klaus Wittig ist so auch Chronist und sein Archiv beherbergt einige alte Schätze. So eine Rechnung aus dem Jahr 1889. Und auch die Meisterbriefe der Inhaber sind dabei. Überhaupt, das Thema Meister liegt ihm sehr am Herzen. Und der 76-Jährige ist überzeugt, dass sein Meisterweg der richtige war. Ich würde genauso wieder handeln. Ich würde genauso wieder handeln. Ohne Meisterprüfung brauchen sich gar nicht in Betrieb zu wagen, um den zu leiden. Mein Sohn macht das ja weiter. Und der ist genauso gut wie ich. Der war natürlich auch zwei Semester in Main. Das hat man direkt gemerkt. Das Wissen ist umfassender gewesen. Natürlich liegen da 20 Jahre dazwischen. Aber das Wissen wird umfassender. Also ich kann nur jedem empfehlen, der einen Dachdeckerbetrieb aufmachen will, soll sich Zeit nehmen und soll nach Main gehen und soll Meisterprüfung machen.